REST, GraphQL oder GRPC? Was ist die beste Wahl für APIs, Microservices, Web-Anwendungen und Mobile-Apps? Dieser Frage möchte ich nachgehen, aber bitte erwartet nicht eine konkrete Antwort in diesem Video. In der späteren Folge bekommt ihr die noch versprochen. Die Entscheidung für eine der drei Technologien ist in erster Linie eine Entscheidung für ein Paradigma, für eine grundsätzliche Idee. In diesem Video stelle ich euch die Paradigmen von REST, GRPC und GraphQL vor. Ich beginne mit dem einfachsten Paradigma, mit dem von GRPC. Das RPC im Namen steht für Remote Procedure Call, was so viel wie entfernte Funktionsaufrufe bedeutet. Eine Funktion, getWare, könnte beispielsweise so aufgerufen werden. Die Funktion ist üblicherweise im selben Programm definiert. Bei den entfernten Funktionsaufrufen kann sich die Implementierung der Funktion auf einem anderen Rechner im Netzwerk befinden. Mit dem Aufruf werden die Parameter an den Server übergeben. Die Antwort des Servers kann einen Rückgabewert enthalten. Der Aufrufer ist der Client und der aufgerufene ist der Server. Eigentlich ganz einfach. Auf beiden Seiten ist gewöhnlicher, nicht technischer Code. Ein entfernter Funktionsaufruf unterscheidet sich nicht von einem lokalen. Neben getWare gibt es meist noch weitere spezialisierte Funktionen, wie zum Beispiel create, update oder deleteWare. Das QL im Namen von GraphQL steht für Query Language, also Abfragesprache. Stellt euch den Server bei GraphQL als Datenbank vor, an den Abfragen geschickt werden. Der Server führt die Anfrage aus und schickt das Ergebnis zurück zum Client. Der Server könnte die unterschiedlichsten Anfragen beantworten, beispielsweise alle Waren mit Name und Preis oder alle Waren der Kategorie Getränke mit Adresse des Herstellers. Das QL suggeriert, dass nur Abfragen ausgeführt werden können. Aber was ist mit Änderungen? Die Mutationen sind nichts anderes als Remote Procedure Calls, die wir bereits von GRPC kennen. REST basiert auf der Architektur des World Wide Web und verspricht, dass Anwendungen von den Vorteilen des World Wide Web wie beispielsweise Skalierbarkeit oder Caching profitieren können. Bei REST geht es um die Abfrage und Manipulation von Geschäftsobjekten über Ressourcen. Der Link ist gleichzeitig Adresse und Name eines Geschäftsobjektes und wenn du auf diesen Link klickst, solltest du eine Repräsentation, sprich die Daten dieses Business-Objektes übertragen bekommen. Für eine Repräsentation kann ein beliebiges Datenformat verwendet werden, beispielsweise JSON, XML oder auch PDF. Das HTTP-Protokoll ist bei REST auf der Anwendungsebene sichtbar. Beispielsweise werden Status-Codes als Fehlermeldungen verwendet. Und dann gibt es noch Hypermedia, die Verlinkung. Ohne Hypermedia kein REST. Hypermedia ist genial. Beispielsweise könnte die Repräsentation einer Ware Hinweise enthalten, die es dem Client ermöglichen, eine Bestellung durchzuführen. REST, GraphQL und GRPC basieren auf ganz unterschiedlichen Paradigmen. Bei GRPC ist das Netzwerk komplett verborgen. Der Programmierer kommt selbst nicht mit dem Netzwerk in Berührung. Das Netzwerk ist bei REST direkt im Anwendungscode sichtbar, in Form von Status-Codes oder Content-Types. Der Entwickler muss über sehr gute HTTP-Kenntnisse verfügen, um REST richtig einsetzen zu können. Dafür bekommt er aber Probleme wie beispielsweise Skalierbarkeit oder Caching gelöst. GraphQL ist on top of HTTP, ohne es so richtig zu nutzen. Das heißt, mit GraphQL haben wir eine Parallelwelt. Die ist aber sehr gut geeignet für die effiziente Ausführung der verschiedensten Anfragen. Für Manipulationen gleicht GraphQL wie der RPC, da dort Funktionen verwendet werden. Welches Paradigma passt jetzt besser zu einer Aufgabe? Ja, das können wir so pauschal hier noch nicht sagen. Aber wie gesagt, dazu kommen wir in der späteren Folge. Okay.